Liebe Leute, macht euch bereit, bald beginnt die Osterzeit. Doch noch müssen wir ein bisschen warten, das ist ziemlich doof. Ich hole mir einen Spaten, mit dem werde ich im Garten etwas graben und auf einen Einwarten. Jetzt geht's los mit dem Video. Ich bin ein Idiot. Ähm, 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 äh, ja. Ich hatte ja nur einmal hier bei iWinson, das ist ja der Talkshow von Fresh Tour geähnelt, eine Challenge. Das war das mit dem Ball. Hier könnt ihr euch dieses Spektakel nochmal sehen. Jetzt habe ich aber eine Challenge, die ist eigentlich nicht für mich, sondern vielmehr für euch. Ähm. Sekunde, äh. Ich hab hier. Ein Stauschwerger. Jetzt habe ich nach einem Millionen Jahren immer endlich diesen... ähm, Stecker drinnen. So, ich mach jetzt den Stausch sogar an und ihr müsst versuchen, das zu hören, was ich sage. Wisst ihr was? Lässt mir noch von Lippen ab. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Zur dritten Ausgabe von Alvinz. Das ist mir jetzt immer sehr eine Ehre, die für euch zu machen. Okay, ich hab's jetzt lauter überraschend. Okay, ich hab's schon mir gerade eben angeschaut, das war wirklich... Ähm, ich versuch's nochmal. Diesmal werde ich jetzt flüstern, also... Das hört ihr ja noch, ne? Aber vielleicht ja nicht. Und? Habt ihr mich verstanden? Ich wette, das habt ihr jetzt nicht gehört. Ähm, ja, ähm, hier hab ich noch ein lustiges Video für euch. Da ist so ein Pinguin gerade bei seiner Familie. Sagt man Familie bei Pinguin? Ähm, ja, ist auch egal. Und? Ähm, ach ja, mir fällt gerade auf, ich hab in fast jedem Video einen Sound verwendet. Gerade eben war es nämlich dieser hier. Aber egal, zurück zum Video. Der rutscht dann halt auf dem Eis aus. Das ist wirklich... Egal, seht's euch mal. Ähm, kann ich das bitte nochmal in Zeitlupe sehen? Vielen Dank. Und selbstverständlich der Gegenspieler von Zeitlupe ist Zeitraffer. Zeitlupe ist Zeitlupe ist Zeitlupe ist Zeitlupe. Zeitlupe ist Zeitlupe ist Zeitlupe ist Zeitlupe. Vielen Dank, dass ihr euch wieder das Video angeschaut habt. Und, ja, dann bis diesen Freitag. Nein, das Video ist noch nicht vorbei. Und, ja, das ist jetzt schon wieder ein neuer Tag. Aber ihr seht es ja als ein Video, dann ist es auch wieder. Wie dem auch sah, mir wurde von einem Zuschauer gesagt, ich muss unbedingt mal auf... Ich bin zu faul, um den Zettel zu suchen. Auf Underpants reagieren. Und das mache ich jetzt mal. Er kann mir ja sagen, ob es das Richtige ist. Aber ich zeige euch mal das, was ich da jetzt gefunden habe. Ich hoffe, es ist das Richtige. Jetzt bin ich zufällig. Du weißt, ich habe alles getan. Ich habe readt every book. Ich habe burned every book. Ich habe won every game. Und ich habe everything verloren. Ich habe sogar einen Subscribe- und Subscribe- und in eurer Pillow. WING! Apropos Subscribe... Ich möchte unbedingt eine Million Abonnenten. Also, ich bin nicht... Ich bin nicht Abonnentengeil. Ich möchte einfach... Es wäre toll. Ja, es wäre toll. wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Weil ich möchte... Es wäre toll, wenn ich eine Million Abonnenten bin. Also, ich bin jetzt... Ich... Also, ich sage jetzt so... Ich sage jetzt nicht so... Sag so. Abonnieren gefällt jetzt meinen Channel oder so. Nein. Das mache ich natürlich nicht. Ähm. Hatte ich noch nie vor. Aber... Ja, es wäre einfach schön. Versteht überhaupt immer... Nein, ist egal. Und... Ja. Das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Schaltet auf jeden Fall diesen Freitag wieder ein. Denn das wird wirklich, glaube ich, das beste Video, das ihr jemals gesehen habt, glaube ich. Wirklich jemals. Also dann, schaltet auf jeden Fall ein.